Also meine Damen und Herren, willkommen zu der Physiotherapie Neutral Allianz. Wir haben heute eine Schulter-Operation zu behandeln, also die Schulter wurde operiert und jetzt geht es darum, die Beweglichkeit zu verbessern und die Kraft zu verbessern und eigentlich bei mir geht es eben auch um die Schönheit zu erreichen, wenn man sie nicht verbessern kann. Wenn sie sich von da, dann wird sie verbessert und sie wird erreicht. Erst durchbewegen, ziehen die Schulter hoch und runter und hoch und schon mit den Knie auch schön mit Gehör. Hoch und runter und hier schon der Element ist da mit den Handflächen, dass ich bewusst mich konzentriere auf die Handfläche und schiebe sie, als ob ich den Boden berühren würde. Hoch und runter und einatmen und runter. Und jetzt machen wir das gegensätzlich. Wenn die Hände hoch gehen, gehen die Knie runter. Wenn die Hände runter gehen, gehen die Knie, wird gestreckt, ja. Und hoch und Hals lang. Okay, gut. Jetzt gehen die Schulter nach vorne. Schulterkugel zu den Kinn und Schulterblätter zusammen. Nach hinten. Schulter vor und Schulter zurück. Schulter vor und Schulter zurück, ja. Und wieder, ich kann, wie ich sage, oft, es geht um Erlebnisse im eigenen Leib. Man muss sich in seinem eigenen Leib damit anfreunden, wo die Schulterblätter sind, wo die Schulterkugel sind, wo ist der Alborger. So dass es oft gut ist, man die Augen schließen und wirklich spüren. Was heißt das, wenn ich die Schulterblätter zusammendricke, ne, ja. Und was heißt das, wenn ich die Schulterkugel so weit wie möglich zur Nase bringe, ne. Okay, gut. So, jetzt verbinden wir die Bewegungen in so ein kreisendes Bewegen der Schulterblätter. Ja, es sind die Schulterblätter. Lassen wir die Alborger eher nach unten hängen, ne. Das geht aus den Schulterblättern, ne. Okay, gut. So, jetzt Schulterblätter hoch und gehen mit dem Kinn. Nacken hängen natürlich sehr gut zusammen mit dem Schulterblatt und Schulter. Und um zu vermeiden, dass wir... Manchmal den Kopf hell umreißen, ja, das machen wir das mal. So, 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 so. Okay, gut. So, jetzt haben wir uns einigermaßen gelockert. Dann können wir auch noch diese... Ampelmann-Übung machen, dass ich... die Arme pendeln lasse und nicht so gut schütteln. Und die berühmte Test-Übung ist, dass man den Arm hebt, ne, und sagt, nehmen Sie locker. Und dann lässt man den Arm fallen, ja. Wenn er so was macht und steht, dann ist er nicht locker, ne. Okay. Und jetzt haben wir, äh, letztes Mal schon die Übungen mit der Elevation, ne, probiert. Das ist heben, das ist unter und runter. Und haben gesagt, okay, wir wollen das als eine Art Qi Gong-Übung machen. Also wenn ich nach vorne gehe, dann gehe ich sozusagen nach unten erst, ich tauche in den Boden ein, ich tauche in den Boden ein, und dann gehe ich nach oben, und runter. Und wenn ich merke, dass der andere Arm kompensatorisch mitgeht, dann mache ich das mit beiden Arten. Schön in den lockern, in den lockern Knien, ne. So, und ich atme ein, in diese gebeugte Handlern. Und ich stelle mir vor, ich habe so eine Kugel um mich herum, eine Kugel, ich stelle drin und fahre mit den Fingern an den Renden, diese Kugel, so hoch wie möglich, dass ich die Schulter rauf ziehe. Gut, locker. Machen wir eine kurze Korrektur des ganzen Standbildes. Hatten wir letztes Mal gehabt, war, für viele Leute ist es eine Überraschung, dass die feststellen, dass sie nicht stehen können, ne. Weil das wirklich wahr ist, dass das größte Problem mit den Knien anfängt schon. Also die richtige Stellung, optimal ist, dass man auf die Länge seines Fußes die Breite setzt, ja. Also jeder macht sich so einen richtigen Winkel. Und wenn ich hier den Daumenpunkt mache, dann so ist meine Ferse. Dann, lockere Knie, das hier, durchgeschlagene Knie, das ist das tödliche, weil durchgeschlagene Knie blockieren den Becken, ja. Lockere Knie ermöglichen uns, dass wir hier Becken bewegen. Und wenn ich eine Hand auf Schambein, hier vorne, auf Bauch, Unterbauch, und andere Beine ans Kreuz, Bein lege, ja. Dann habe ich praktisch den Becken zwischen den Armen, das sind die Handflächen, und kann das deutlich spüren, wie der sich stellt, ne. Und sage, ich will das senkrecht haben, nach unten hier, Kreuzbein senkrecht nach unten, bei gelockerten Knie. Die Knie sind nicht in der Hocke, denn sie kommen nur weg von dieser Sperre, in die Lockerung. Und dann senkrecht der Becken, dann Brustbein hochhebeln, ohne, dass die Halterung vom Kreuzbein nachreicht. Die natürliche Tendenz ist, wenn man Brustkorb hebt, dass man Hochkreuz macht, ne. Dagegen steuern wir hier mit Bauchmuskulern, also starke Bauchmuskulern sind auch wichtig. Brustkorb, und hier der Faden nach oben, ein Schub, das eher von dem Schädel hinten hochgeht, durch die Übelsäule, Kinn kommt zurück, ne. Test, wenn ich mich in die Bewegung setze, und alles andere steht, dann sollen die Arme einfach ganz locker pendeln, am Körper. Wenn die Haltung nicht optimal ist, gerät die Schulterachse nach vorne, und das Pendeln ist nicht möglich, weil es die Beine trifft, die Arme, und dann muss ich die Arme seitlich tragen, was weg von den Pendeln geht. Okay. Rektur war da. Jetzt gehen wir in die andere Schulterbewegung, die Elevation. Das heißt, wir nehmen den betroffenen Arm, schieben den an, den Hosenaht runter, also in die Erde, beugen seitlich, und kommen mit Einatmen hoch, ne. Und ausatmen runter, und kommen mal wieder hier in die Mitte. Unweigerlich, wenn man sich so langsam und konzentriert mit dem Atem bewegt, unweigerlich kommt man in so etwas wie ein natürliches Qigong, ne, ein persönliches, natürliches Qigong. Weil so ist das Prinzip des Qigong, mach eine Bewegung, atme dabei ein, und beobachte, was der Rest des Körpers macht, ne, will schon was machen. Wenn du das zulässt, ne, dann hast du eine harmonische Bewegung, ne. Und wieder sind wir, weil wir die Schulter trainieren, nicht wahr, machen wir die Abduktion, seitlich entheben, sind wir am Rande dieser Kugel. Wir stellen uns diese große Kugel, die wir mit den Fingern abfahren, ne. Und runter, ich hab da noch viel weiter hier wieder standen, ne. Ja, ich sitze. Genau. Und runter. Wichtig ist hier, äh, der Anfang der Bewegung, ne, der Anfang der Bewegung, ne, der Anfang der Bewegung ist Depression, heißt es Depression des Schulterblattes, dass ich erstmal mit dem Schulterblatt runtergehe, dass man am Anfang trainiert, und dann erst abwinkele, ne. Das hier, der auch, ich kann mir sogar hier probeweise dieses machen. Depression des Schulterblattes, ja, damit ich merke, dass hier ein Riesenraum ist, ne, okay. Und dann aus dem Geico einatmen, und auch, und symmetrisch, beide Arme, okay. Also, wir hatten die Elevation, die Abduktion, ne, und jetzt die Rotation, ne. So, die Digni, zu der Rotation haben wir uns eine Übung ausgesucht, die aus dem PNF-Muster kommt, aber ich nenne sie Schwerbziehen, ne. Wir machen ein, wir machen ein Schwert, Daumen geht nach unten, zur Hüfte, und jetzt dreht sich das, faltet sich das auf, ich zeige mit dem Daumen nach hinten hoch, hinter dem Kopf, und zurück ausatmen. Als ob ich ein Schwert wieder in die Scheide bringe, ne, und ein, und aus. Wichtig ist, dass hier die Rotation, in der Rotatorenmanschette, eben den ganzen, ja, mit dem ganzen Bewegungsablauf sich ausfaltet, ja, und wieder zurückfaltet. Später wird man diese Übung mit, mit Widerstand machen, ne, okay. Ein, und aus. Und wenn wir wieder gucken können, was der, was der Rest des Körpers machen wird, dabei dann ist, zu beobachten, dass wenn ich den Schwert ziehe, dann hält sich die Felsen, die Felsen hier, die gehen praktisch so ein bisschen zur Seite, ne, und dann gehe ich auch mehr auf den Fuß hier, und habe so eine Art elegante Bewegung. Der andere Arm, der andere Arm, kompensiert auch, bewegt sich auch in Gegenrichtung, und wenn wir das fortsetzen, die angefangenen Bewegungen, dann haben wir durchaus schon eine Qigong-Bewegung drin, ne. Okay. Und dann bleibt uns nun noch, äh, zu realisieren, dass bei der, bei der, bei der Waren Shigong, Atemenergie, dass die Jig, die Lebenskraftenergie, bei den Händen, äh, beim Einatmen, durch die Innenseite hoch fließt, kehrt in den Körper rein, und bei der Ausatmung, und bei der Ausatmung, durch die Außenseite, runter fließt, ja, und so können wir das begleiten mit dem Atem, und stellen wir vor, beim Einatmen, dass durch die Poren der Haut, Energie in unsere Schuttereien fließt, und beim Ausatmen, die Hand runter fließt. Und hier sauen wir die Energie rein, aus den Bergen, aus den Himmeln, aus den Wolken, aus dem Wald, weil Qigong wird ja meistens in den Mazo geübt, ne. Nase ein, Mund aus mit der Lippenbremse. Gut, prima. Wieder, immer wieder zwischendurch. Korrektur der Haltung, Knie, Lücken, Brust, den Kopf, und mich so ein bisschen in die Hände versetzen, und gucken, ob meine Arme locker sind, dass sie pündeln. So, das war also, meine Damen und Herren, das war ein kurzer Abriss meiner Auffassung der aktiven Übung, nach einer Schulter-Operation, wo man Elevation, Abduktion, Rotation verbindet, mit Konzentration, Körperhaltung, und anderen. Ciao. Ok. 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 Musik 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 Musik